Heute haben die ukrainischen Verteidiger den Tag wunderbar begonnen. Die russischen Invasoren erlitten im ersten Licht des Tages einen schweren Schlag. Die ukrainische Armee hat am frühen Morgen die russische Kommandozentrale am Flughafen Kyrm angegriffen. Später am Tag bestätigte der Kommandant der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschuk, einen erfolgreichen Angriff auf den russischen Kommandoposten am Flughafen Saki auf der besetzten Krim. Oleschuk schrieb über den Angriff. Alle Ziele getroffen. Unsere tapferen Luftstreitkräfte haben eine weitere Krim-Kommandozentrale zerstört. Der Kommandant bedankte sich bei den Piloten für die hervorragende Leistung. Zeugen berichteten, dass sie etwa zehn Explosionen in der Region Jupatoria gehört hatten. Dann berichteten Zeugen, dass die zusätzlichen Explosionen auch auf dem Gelände des Saki-Militar-Flughafens im Dorf Novo Fedorovka stattfanden. Am Abend war der Verkehr auf der Krim-Brücke über die Straße von Kerch, zeitweise für etwa eine Stunde gesperrt. Unterdessen äußerte sich das russische Verteidigungsministerium zu keiner der Aussagen der ukrainischen Seite, nur dass die Luftverteidigung erfolgreich vier Lenkraketen über der Krim abgefangen und abgeschossen hat. Zuvor hatte der Kommandant der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschok, angekündigt, dass die ukrainischen Streitkräfte zwei Raketenangriffe auf russische Ziele auf der Krim durchgeführt hätten. Gegen 15 Uhr wurde am Abend eine Kommandozentrale in der Nähe von Sevastopol getroffen und am Abend wurde eine Militäreinheit erschossen, die vermutlich eine Radarstation in Ujutne in der Nähe der Stadt Jupatoria war. Russland hat bestätigt, dass 23 Soldaten infolge des Angriffs liquidiert wurden. Unter ihnen sind auch hochrangige Offiziere und Spezialeinheiten. Oleschok dankte den Piloten und allen, die die Operation für eine hervorragende Kampfarbeit geplant hatten. Oleschok sagte in seinem Telegram-Beitrag, dass die Angriffe wahrscheinlich anglo-französische Sturm-Shadowlyogara-Scalpy-Marschflugkörper enthielten. Ein Sprecher der von Russland ernannten Behörden auf der Krim erklärte, dass die Luftverteidigung während des Vorfalls, den sie den Angriff der Ukraine nannten, zehn Raketen und 36 unbemannte Luftfahrzeuge abgefangen habe und nur zerstörte Geschossfragmente auf die beiden Gebiete gefallen seien. Wie wir gesehen haben, hat die Ukraine dem Feind großen Schaden zugefügt. Darüber hinaus hat die ukrainische Armee den Feind später am Tag noch einmal gefangen genommen. Die Russen werden sich nach dem Angriff noch lange nicht erholen können. Kommen Sie, schauen wir uns zusammen an, was los ist. Die ukrainischen Streitkräfte haben am vergangenen Tag drei feindliche Angriffe in der Nähe von Bachmut abgewehrt und 33 russische Militärgeräte zerstört. Volodymyr Fityo, Sprecher des ukrainischen Bodentruppenkommandos, sagte im ukrainischen Fernsehen auf die Frage nach der Situation in Bachmut. In den letzten 24 Stunden wurden drei feindliche Angriffe in der Nähe von Bachmut abgewehrt. Sie versuchen, in die Nähe von Klischtschivka, Andriivka und dem Feind Bodanivka vorzudringen. Die Richtung ist klar, Chasiv ja. Die feindlichen Soldaten wollen ihren Erfolg weiter steigern. Eines der größten Ziele des Feindes ist es, die Verwaltungsgrenzen der Region Donetsk zu erreichen. Wir kennen diese Pläne. Bisher haben sie keinen Erfolg in dieser Richtung. Russland habe in der vergangenen Woche 23 Kamikaze-Drohnen auf ukrainische Verteidiger abgefeuert und 459 Kanonen und Mörsergranaten verschiedener Kaliber abgefeuert. Es gelang uns jedoch, die russische Bevölkerung auf ukrainischem Territorium um 131 Personen zu reduzieren. Und weitere Gefangene wurden gefangen genommen. Wir warten auf ihre interessanten Geschichten über das, was dort passiert ist. Außerdem wurden Tredje Tele Militärischer Ausrüstung zerstört. Fethiu erklärte, dass zwei Panzer und zwei gepanzerte Kampffahrzeuge erfolgreich zerstört würden. Ihm zufolge bleibt die gesamte Linie der Operativen und Strategischen Truppengruppe, die der Verantwortungsbereich von Kortizia ist, aktiv, da Russland seine Absicht, voranzukommen, nicht aufgibt. Fethiu setzte seine Erklärung fort. Unsere Kämpfer sind in der aktiven Verteidigung. Dies ermöglicht es uns, zu Angriffsoperationen überzugehen, zu verteidigen und unsere taktische Position zu verbessern. Und vor allem verstehen wir, dass wir gegen einen starken, prinzipienlosen Feind kämpfen. Und das tun wir nicht nur. Übertreibe es nicht, aber wir verstehen auch seine Schwächen. Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes wurde ein Kämpfer, der seit 2014 als Teil der kasachischen bewaffneten Gruppe gegen die Ukraine kämpfte und in der Nähe von Bakhmut gefangen genommen wurde, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Zur gleichen Zeit prallten ukrainische Pfadfinder mit einem erfolgreichen Überfall auf die russische Region Belgorod, um fortgeschrittene Luftverteidigungssysteme zu zerstören. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte den Vorfall in Telegram. Vor kurzem hat die ukrainische Armee eine weitere Spezialoperation abgeschlossen, die darauf abzielt, die feindlichen Fähigkeiten von GUR zu schwächen. Im Rahmen einer komplexen Mission, die mit Unterstützung der Plattform United 24 durchgeführt wurde, haben militärische Geheimdienstbetreiber Stellungen der russischen Luftverteidigungskräfte auf dem Territorium der Region Belgorod getroffen. Durch das Feuer wurden zwei russische Luftverteidigungssysteme Panzergur S1 neutralisiert. Die Kosten für ein solches System betragen etwa 10-15 Millionen Dollar. Unterdessen bestätigt die Geheimdienstdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums Berichte, dass Nordkorea ballistische Raketen an Russland geliefert und bei Angriffen auf ukrainische Siedlungen eingesetzt habe. Der Sprecher des Verteidigungsgeheimdienstes, Andriy Youssov, erklärte, was geschehen sei. Die Verteidigungszusammenarbeit entwickelt sich zwischen Russland und Nordkorea. Dies betrifft hauptsächlich Artillerie- und Munitionsvorräte sowie andere Elemente, die mit Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen zusammenhängen. Was die ballistischen Fähigkeiten betrifft, stehen sie auf Russlands Wunschliste für Nordkorea. Wir haben tatsächlich einige Berichte gesehen. Informationen über den Erwerb und die Verwendung dieser Fähigkeiten werden bestätigt. Er fügte hinzu, dass dies sicherlich ein ernstes Signal sei, das die Ukraine untersuche. Der Gursprecher setzte seine Worte fort. Aber für die endgültige Bestätigung müssen sie unbedingt die richtigen Informationen haben. Alles wird öffentlich gemacht, nachdem es nach Bedarf überprüft wurde. Wie berichtet, werden die USA am 10. Januar den UN-Sicherheitsrat einberufen, um über die Lieferung von Raketen aus Nordkorea an die russische Föderation zu beraten. Die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, betonte die Dringlichkeit der US-Unterstützung für die Ukraine, dass Russland nordkoreanische Raketen bei Angriffen auf ukrainische Städte einsetzt und Raketen aus dem Iran kaufen will. Die Ukraine hat in den letzten Stunden des Tages einen weiteren großen Sieg errungen. Die ukrainischen Streitkräfte zerstörten eine wichtige neue russische Logistikverbindung tief in der von Moskau besetzten Region. Dies könnte ein Schlag für Russlands Fähigkeit sein, in Zukunft Ressourcen aus der Südukraine und der Ukraine zu transportieren. Das ist ein Schlag für Russlands Fähigkeit.